Und Stardesigner Kilian Kerner legt alle Mädchen zum Casting ein. Aber nur eine schafft es auf den Catwalk. Endlich eine Casting-Einladung und dann auch noch zu einem so großen Kunden wie Kilian Kerner. Ich freue mich, ihn persönlich kennenlernen zu dürfen und bin natürlich auch mega, mega gespannt, wie er drauf ist und was unsere Aufgabe ist bei dem Casting. Ja, also den Kilian Kerner Job brauche ich schon sehr, sehr dringend, vor allem den Catwalk. Ja, das ist immer so ein kleiner Traum von mir gewesen. Hey! Hey! Partner Nuk. Alle in schwarz. Mir geht's gut. Steht gerade, ist halt Casting-Marathon gerade. Ich habe auch zwei Einladungen bekommen und war auch schon bei den Castings, aber ich habe keinen Job bekommen. Wir haben dann jetzt noch eine Casting-Einladung bekommen von Kerner, das ist Catwalk. Und ich bin gespannt, da ist halt morgen das Casting. Ich bin, ich hoffe, 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 ich kriege den Job. Weil der Laufsteg ist so mein Traum. Drücken wir weiter die Daumen. Wir denken alle an dich. Schöne Grüße von allen. Ja, danke schön. Hallo, meine Gute. Hallo. Am Dienstag hatten wir halt das mit Thomas und alle außer Ashley und mir haben eine Casting-Einladung gekriegt. Und jetzt haben wir für morgen eine Laufsteg-Einladung. Da gehen wir alle hin. Also drückt mir die Daumen, dass ich es auch schaffe. 150. Ja, Mann, Papa. Ja, volle Kanne. Ich freue mich schon mal, wobei ich rauskomme. Ich hoffe, ich kann ihn überzeugen und dann am Ende den großen Laufsteg-Job vielleicht für mich versuchen abzusahnen. Ich vermisse dich auch so, das ist so krass gerade. Oh Mann. Vermisse dich auch. Guck mal, wer hier ist. Wir haben morgen einen Laufsteg-Job und ich hoffe, dass ich den nochmal holen kann, obwohl ich klein bin. Hey, Ambo, was ist los? Ich will, dass du auch nicht glaubst. Mach dich doch nicht so krass. Ich glaub doch auch nicht. Ich bin froh. Ich habe noch kein einziges Mal geweint. Es ist einfach gerade Emotion, weil du da bist. Ich sage jedes Mal, dass ich weitercamp und weitermache. Ich kriege immer Feedback, dass ich alles super gemacht habe und weiß halt nie, woran es liegt. Es sind dann echt immer Kleinigkeiten. Aber fokussiere dich doch nicht auf das Negative, fokussiere dich auf das Gute. Es geht einfach weiter. Du hast keinen Job bekommen, aber das hat nichts damit zu tun, dass du jetzt nicht weiterkommen kannst. Ja, ich gebe halt echt jedes Mal Vollgas von Casting zu Casting. Ach gut, Ambo, ich weiß, dass du das toll machst. Und ich weiß auch, dass du deinen Job großartig machst. Vom Laufen bis hin zum Schulten, alles super machst. Du darfst es nicht an dich ranlassen. Es gibt da draußen keinen erfolgreichen Menschen, der nicht gefallen ist und Absagen bekommen hat. Das ist normal. Dadurch wechseln und du wirst stärker. Wenn du dann durchziehst, dann packst du es. Wenn du aufgibst, packst du es nicht. Viele kriegen halt zwei, drei Seiten, die mir dann auf. So funktioniert das Leben nicht. Nein, das mache ich nicht. Auf keinen Fall. Liebe dich ja mal. Sag Tschüss bei Lu. Tschüssi. Tschüss. Die Berliner Fashion Week ist eine der wichtigsten Modemessen der Welt. Kein Wunder, dass die Mädchen vor diesem Casting besonders aufgeregt sind. Mädels, was für ein Anblick. Ich bin der Kilian und ihr seid heute bei meinem Casting für die Fashion Week. Seit 2004 verzaubert der ehemalige Schauspieler mit seinen Kreationen nicht nur Berliner Front Row Stars, sondern die ganze Welt. Ich kann euch gleich sagen, es wird heute alles anders, als man es normalerweise von einem Casting gewöhnt ist. Ihr seid die einzigen Mädels, die überhaupt gecastet werden für die Show. Alles andere musste wegen Corona bei Direct Bookings laufen. Und deswegen haben wir auch heute die Chance, alles anders zu machen. Es ist für mich eine wirklich extrem wichtige Show. Wir feiern ein Riesenjubiläum ohne Publikum. Heute werdet ihr direkt jeder einen Look aus der Kollektion bekommen, weil ich einfach sehen will, wer erfüllt diese Kollektion wirklich am meisten mit Leben. Wer bringt genau das rüber, was ich haben will. Ich will einen coolen Walk haben, habt im Kopf so ein bisschen, dass ihr sehr lässig seid und so, als würdet ihr Kaugummi kauen. Natürlich bitte keine Mundverrenkungen machen, aber das ist so das, was ich haben will. Also es soll sehr edgy sein, kein Couture-Walk oder so, sondern einfach wirklich richtig cool. Seid ihr auch aufgeregt? Dann sind wir zusammen aufgeregt, das ist doch super. Aber ich freue mich drauf. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Ich kann gar nicht auf, wenn es so grinsen ist. Das ist so genau meins. Ich habe gerade das Klag gesehen, das ich wahrscheinlich bekommen werde und ich bin im siebten Himmel. Also es ist auf jeden Fall eine Ehre, die Kollektion das erste Mal anzuhaben. Und es hat vorher noch nie jemand angehabt und dann sind wir so die Ersten, die das anziehen dürfen und das präsentieren dürfen. Natürlich ist ein Job eigentlich immer wichtig für ein Model, weil wir kennen ja den berühmten Satz von Heidi, dass ein Model ohne Job kein Model ist. Das ist für unsere Füße. Unsere Füße. Das ist so. Das ist ja richtig cool. Alles cool. Wie heißt das? Kursschu. Fuß, Sock, äh. Ich meine, ich liebe Socken. Aber solche Socken? Oh my deez, ich könnte heulen. Mir ist das super, super wichtig, einfach weil Fashion Week sehr viel mit Passion für mich zu tun hat. Das ist wirklich eine Leidenschaft. Das kann man mit ganz wenigen Sachen vergleichen. Auch wenn man den Job jetzt nicht kriegt, ich glaube, die Erfahrung einfach hier dabei gewesen zu sein, die Karten tragen zu dürfen. Wo bin ich da? Mir ist es jetzt ganz wichtig, in Erinnerung zu bleiben, auch nachzufragen, Interesse zu zeigen. Es geht ja hier nicht nur ums Laufen und die Klamotten zu präsentieren, sondern auch Interesse an der Kollektion zu haben. Ach, das sieht doch süß aus. Guck mal. Ich habe hier sogar Schuhe in 37, was ganz gut ist. Ich wusste, dass der Stylist quasi zweite Hand vom Designer ist. Und wenn er uns sieht und wahrnimmt, kann er vielleicht so ein bisschen Vöglein spielen und Kedian so ein bisschen erzählen. Und ich habe versucht, die so ein bisschen auszuquetschen, so einen Eindruck zu hinterlassen. Möchtet ihr beim Posen im Kleid eher coolere Posen, weil es ist ja schon sehr elegant? Es ist kein Red Carpet, es ist kein Couture Walk, also eigentlich ein bisschen cooler. Gefällt es dir? Ja. Darf ich dir sagen? Darf ich dich duzen? Ja, ja, klar. Das sieht auch toll aus. Da machen wir auch ein Foto von. Geil, ja. Das finde ich fast schöner als das Grüne. Ich finde es auch sehr cool. Vor allem ist es lang und ich kann es tragen. Also die Reaktion von den Mädels hört sich jetzt schon mal gut an. Ich weiß ja immer noch nicht ganz, wie es aussieht. Ich sehe es nur von oben. Aber ich fühle es schon mal. Hör auf, das zu machen. Ich kann nicht. Sie hat halt so eklig. Ich liebe es. Das ist meins. Das ist mein Kleid. Sieht auch wirklich super aus. Ich weiß, ne? Machen wir ein Foto? Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, jetzt geht es gleich los. Ja, ich bin die Erste und will es natürlich so gut wie möglich machen. Ich habe das Gefühl, es kommt noch so ein kleiner Twist, irgendwas, was wir noch nicht wissen. Ich bin attackiert, mich.